Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Ministerin Scharf, lieber Herr Minister Huber, Herr Ministerpräsident, Bayern-Ei und kein Ende. Was ist eigentlich die Wahrheit beim Bayern-Ei-Skandal? Mehrmals schon hat uns Umweltministerin Scharf in den letzten Jahren nicht die Wahrheit gesagt. Und wir, die Opposition, wir mussten uns immer heftige Vorwürfe anhören, wir würden uns nur profilieren wollen. Tja, leider sind unsere Befürchtungen immer wieder von der Wahrheit übertroffen worden. Was wurde nicht alles behauptet? Zum Beispiel hieß es von Frau Scharf, es gäbe in Bayern gar keine Käfigeier zu kaufen. Nun, das war falsch. Dann hieß es, es hätte keine Gefahr für die Bevölkerung in Bayern gegeben. Das war offensichtlich auch falsch. Die Staatsanwaltschaft geht inzwischen von 64 betroffenen Menschen in Bayern aus, bei dem Ausbruch 2014. Warum ist denn die Staatsanwaltschaft draufgekommen und nicht die zuständigen Behörden? Das muss man doch mal fragen. Wir fragen uns auch, verzeihen Sie das Wortspiel, wie viele faule Eier wird uns die Staatsregierung noch präsentieren? Wie lange soll noch der Anschein erweckt werden, es wäre alles in Ordnung gewesen bei Bayern-Eier? Aber Sie finden ja immer eine Ausrede. Nun heißt es ja in der letzten Klarstellung vom LGL, es musste zur Übereinstimmung der Isolate noch ein epidemiologischer Nachweis geführt werden. Im Klartext heißt das, die Stämme, die salmonellen Stämme waren überall die gleichen, aber die betroffenen Menschen in Bayern hätten sich nun erinnern sollen, dass sie Eier von Bayern Ei gegessen hätten und dass sie am besten auch noch die Schachtel parat haben sollen. Ja, um Himmels Willen, wie viele Beweise hätte es denn im Sommer 2014 noch gebraucht, um einen Zusammenhang herzustellen? In Wahrheit war halb Europa im Aufruhr, weil es hunderte von Erkrankungen gegeben hat. Und man wusste die Quelle. Die Quelle war in Niederbayern bei der Firma Bayern Ei mit einem einschlägig bekannten Besitzer noch dazu. Da hätte man eingreifen müssen, Herr Huber. Und dann könnte man ja meinen, wenn die Quelle bekannt ist, werden Maßnahmen ergriffen, dass das Krankheitsgeschehen aufhört. Aber die Infektionen haben noch lange nicht aufgehört. Die Österreicher haben noch im September zu Recht gefragt, wie es denn sein kann, dass immer noch Eier im Umlauf sind, obwohl es doch schon lange einen positiven Befund gegeben hat. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Antwort ist ganz einfach, weil es am Standort Eiterhofen vom 4. August bis 1. September gedauert hat, bis man dem Betrieb zugesperrt hat. Das betrifft Millionen von Eiern, die damals noch im Umlauf waren und die nicht sicher waren für die Bevölkerung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es satt. Das sage ich ganz ehrlich. Wir sind diese ganzen Beschwichtigungen leid. Denn am Ende wurden sie immer wieder von den Medien überführt, dass sie uns nicht die ganze Wahrheit gesagt haben. Sie behaupten immer, sie hätten keine andere Wahl gehabt. Sie hätten gar nicht warnen dürfen. Das stimmt nicht. Sie hatten die Wahl. Sie hatten die Wahl zwischen Verbraucherschutz und Rücksicht auf den Eigentümer. Und sie haben sich für den Hühnerbaron entschieden. Sie haben alle Anzeichen und Warnhinweise ausgeblendet. Verbraucherschutz sieht aus unserer Sicht ganz anders aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns ist eines klar. Das Krisenmanagement 2014 war eine Katastrophe. Da hilft es auch nichts, wenn Sie immer wieder Ihre Unschuld betonen. Ein wenig Demut wäre da inzwischen schon angebracht. Meinen Sie nicht, Herr Huber? Denn das Krisenmanagement betrifft ja Sie, Minister Huber. Sie haben die damaligen Versäumnisse zu verantworten. Und aus dieser Nummer kommen Sie auch nicht mehr raus. Aber die jetzt amtierende Verbraucherschutzministerin heißt Ulrike Schaaf. Und Sie sind mit der Aufklärung des Skandals gefordert. Und leider muss man sagen, Frau Schaaf, da haben Sie auf ganzer Linie versagt. Ich weiß ja nicht, ob Sie immer die Hintergründe gewusst haben, als Sie mit uns gesprochen haben und abgewiegelt haben. Aber als Ministerin ist es Ihre Aufgabe, Bescheid zu wissen. Es ist Ihre Aufgabe, die Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen. Und da sehe ich leider bisher ganz schwarz. Sie, Frau Schaaf, haben gestern beim Neujahrsempfang Papst Franziskus zitiert. Es gibt drei Eigenschaften, die man braucht, sagen Sie. Man brauche Ehrlichkeit, Mut und Verantwortlichkeit. Genau das sollten Sie sich jetzt zu Herzen nehmen. Ehrlichkeit bei der Aufklärung, Mut, auch einmal Fehler zuzugeben und Verantwortung übernehmen, um die Zustände deutlich zu verbessern. In diesem Sinne bitte ich um Zustimmung zu unserem Antrag. Die Berichtsanträge von CSU und Freien Wählern werden wir auch zustimmen. Es ist ja schon interessant, dass man feststellen muss, dass die CSU inzwischen auch noch erhebliche Wissenslücken festgestellt hat. Beim Antrag der SPD werden wir uns enthalten, weil wir denken, ein Sonderermittler ist nicht der richtige Weg. Das Parlament sollte sich das Heft des Handels nicht aus der Hand nehmen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.